Soll ich's nicht wieder zusammenflecken? 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 Wir haben das genau gemacht, genau weg! Wir haben Objective Butter genommen. Wir haben Objective Charlie genommen. Ihr Mann, erste Hilfe! Ich kann es nicht wieder zusammenflecken. Alter! Ich kann es nicht wieder zusammenflecken. Ein technischer Sperr gesichtet! Er ist Hilfe! Nimm es schon! Ich zieh mir die Wunder an! Wir verlieren Objective Output! Du bist verletzt! Ich kann dir helfen! Er redest! Dann... Abonniert! Wir haben Objektive Apples! Ich bin nicht mehr vorfohlen! Ich bin nicht mehr! Ich bin nicht mehr! Ich bin nicht mehr als Mann! Ich fahr auf! Lass mich keine Wunde! Ich mach mal um! We are losing objective Charlie. Ich flicke dich zusammen! Ich versag deine Wunden! We have lost objective Charlie. Errobert das Ziel! Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Mal ehrlich gesagt, die Farbe sind schlecht. Halt, dass dieses Ziel ist! Hier, erste Hilfe. Soll ich seine Funken versorgen? Ich krieg dich wieder hin! Erste Elfer, nehm schon! Erste Elfer, greif zu, Mann! Erste Elfer, greif zu, Mann! Ich helf dir! Ich seh mir die Wunde mal an! Damit kommst du auf die Beine! Erste Elfer! Bist du verletzt? Erste Elfer! Erste Elfer! Erste Elfer! Erste Elfer! Er ist verletzt, ich seh mir das an! Soll ich dich wieder zusammenflicken? Erste Elfer! Hier! Erste Elfer! Erste Elfer für dich! Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Das Ziel dort erobern! Erste Elfer, greif zu! Erste Elfer, greif zu! Braucht jemand Erste Elfer! Erste Elfer! Erste Elfer! Für dich, Kameras! Erste Elfer! Erste Elfer! Erste Elfer! Erste Elfer! Erste Elfer! Erste Elfer! Hier, Mann. Erste Hilfe. Danke. Er ist verletzt. Erste Hilfe. 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 Erste Hilfe.